So, eine Minute, um zu erzählen, warum ich Coach geworden bin. Ja, also ich bin in der Überzeugung auch, dass wir als Mensch viel können. Wir sind alle einsartig und dass wir eventuell dann die falsche Programmierung bekommen hatten, als wir klein waren oder eventuell die Falschwörter gehört hatten. Und dass nur eine neue Programmierung da kommen kann und dann plötzlich können wir unsere Träume oder kleine Blockaden einfach so wegmachen. Das ist meine Überzeugung. Und ich weiß, dass manchmal es wirklich nicht viel fehlt, damit die Leute das schaffen. Also manchmal nur ein paar Fragen oder ein paar Tricks und ob ist es da. Also man sieht dann plötzlich einen Traum in den Augen von Leuten. Da jetzt wissen sie, sie wollen das und dass sie das auch schaffen können. Und das finde ich genial. Das ist, wofür ich das mache und wieso ich das mache. Wie wir das machen können, also ich habe eine Ausbildung als Coach gemacht und auch viel andere Ausbildungen, Meditation, Reiki und andere Verkaufsseminare und so weiter gemacht. Und durch Skype oder Sitzungen oder vielleicht einfach, was ich ab und zu mal schreibe, dann können wir zusammen arbeiten und ihren Weg finden. Und da würde ich mich total freuen, dann diese Blitz in ihren Augen zu sehen, wenn sie es schaffen, dann zu machen, was sie machen wollten. Tschüss! Tschüss! Kommt! Schミ! Tschüss! invisible